Weniger unerlaubte Einreisen. Im ersten Halbjahr zählte die Bundespolizei in Bayern 10% weniger illegale Grenzübertritte. Über 9700 unerlaubte Einreisen wurden angezeigt. Im letzten Jahr waren es noch fast 11.000. Das teilte die zuständige Bundespolizeidirektion in München mit. An der Grenze zu Tschechien und Österreich finden seit Monaten noch bis Ende des Jahres verstärkte Kontrollen statt.